Wir helfen, Ihr Kapitän, bitte stellen Sie die Sätze in diese Kröte-Position, klappen Sie die Tische auf, stellen Sie das Mauch ein, wir versuchen zu landen. Vielen Dank. Ton läuft, Kamera läuft und bitte. Das ist ein Megaphone. Das ist ein Megaphone. Uns treibt grundsätzlich die Freude an der Musik an. Spass haben, lustig sein und es auch wirklich so verkaufen. Ich denke, es ist sicher eine Ehre, mal von einem bekannten Schweizer Musiker wie Toni Vescoli, die sicher viel bewegt hat in der Schweizer Szene, zu stehen und ihm zu zeigen, was wir so arbeiten. Meine Spezialität ist sicher, dass wir mit wenig Instrumenten ein recht gutes Hand bringen und auch gesammelt machen können. Und damit wollen wir wegwollen? Hauen wir weg. Zusammen. Hallo. Und wer sind Sie? Wir sind von Lanz, wir kommen ins Megaphone. Über die Vierfalt ganz gerne eine Serie vorstehen. Wiederhören. Ich nehme an, ich gehe in die Barisola. Ich nehme an, ich gehe in die Barisola. Weit unter mir liegt das Wuchenmeer. Der Ventilator, der Sommergleisli. Es ist, als gäbe es für immer mehr. Ich sehe das Wuchenmeer. Ich sehe das Wuchenmeer. Ich sehe das Wuchenmeer. Untertitelung. Und immer noch ein ganz fadig so. mit Stutzen, Kiosk, aber wie in einer Wand. Aber ich sehe nicht aus wie ein Sopperl, aber wie in einer Kasse dran. Für mich ist es der nächste Moment. Ihr habt auch eine sehr schöne A Cappella. Ihr habt dann auch sehr gut gefallen. Wir mussten entscheiden, es waren gewisse Faktoren, die nach dem Auschlag gegeben haben. A Cappella 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 Das ist total leibend. Ich hab nichts getan. Jetzt geht es. Jetzt geht es. Habe ich jetzt ein bisschen Rindrede? Das ist einfach mal der Kommunikationsmensch zu. Aber von euch müsste ich dann so schnell mit Peter Kurzbio haben, damit ihr das Interview habt. Wir haben etwas Eigenes gemacht draus, weisst du? Du musst heissen, am Tonic fällt die Hand an. Und nicht der Schweizer, oder? Ja, ich bin schuld, ich bin schuld. Bleibt im Griff, es könnte vielleicht ein bisschen unruhig werden. Bleiben Sie wieder sitzen, bleiben Sie angeschnallt. Und bewahren Sie die Ruhe. Vielen Dank! Ich habe dich schon gesehen am Anfang. Dann kann ich den und dann drücken. Das ist alles. Das ist alles wenn du ein Herzscherchen bist! Alles klar, wir sind nicht so. Ich habe dich schon gesehen am Anfang. Ich habe dich schon gesehen am Anfang. Ich habe dich schon gesehen am Anfang.